Wisst ihr was? Ihr von der Polizei geht mir langsam richtig auf den Sack. Wo können wir Ihren Bruder finden? Das mein lieberste Millionenfrage. Ich wüsste auch gern, wo er steckt. Ich ruf ihn schon den ganzen Morgen an, aber er geht nicht ran. Und ihm fällt nichts ein, wo er sein könnte. Irgendein Ort, an dem er sich versteckt. Hm, da werdet ihr wohl euren Job machen müssen. Ich bin nur sein Bruder. Ich wache nicht wie ein Schutzengel über ihn. Hey, hey, hey! Hörst du das? Dein Bruder steht unter Verdacht, fünf Jugendliche entführt zu haben. Du sagst mir jetzt, was du weißt, oder ich krieg' dich dran wegen Strafverhältnungen. Lass mich los. Es gibt eine Kapelle. Auf dem Berg. Neben einer Quelle. Sie heißt Quelle des Raben. Dort traf er sich früher mit seinen Freundinnen. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Hey, Hübsche! Sag deinem Partner, er soll sich wieder einkriegen. Das ist kein Herz, ich nehme, wie er zu werden ist. Über beste